Hier ist was los, liebe Leute. Es wird fleißig diskutiert und gesprochen, aber das wollen wir jetzt mal kurz beenden und widmen uns Lukas. Ich habe euch einen Begriff mitgebracht und würde gerne wissen, was der bedeutet. Kontra-Free-Loading. Wer oder was ist Kontra-Free-Loading? Also gegen Freiladen? Gegen Freiladen. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich versuche da irgendwie einen Bezug zu... Ich hätte gedacht, Karin, dass du es vielleicht kennst. Kontra-Free-Loading. Vielleicht ein Typen, mit dem nichts los ist. Der nicht nachlädt oder so. Ich meine, in bestimmten... Entschuldigen Sie. Es kommt aus der Tierwelt. Das ist das Verhalten bei Tieren, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, Essen zu nehmen, was da steht, oder das Essen spielerisch sich zu besorgen, das Futter, dass sie lieber spielen wollen. Dass sie das Futter, was da steht, verschmähen und lieber an irgendwelchen Bäumen rumnagen oder das, was versteckt ist und sowas. Da gibt es eine Studie von der Uni Kalifornien. Vögel, Hunde, Primaten, Nagetiere, sogar Giraffen, machen das lieber, spielen lieber mit dem Essen und verdienen es sich. Es gibt nur ein Tier, das es nicht tut, wo die Mehrzahl der Tiere zu dem fertigen Futternapf geht, anstatt sich das zu verdienen mit irgendeiner Spiegel. Es sind die Katzen. Ja. Frag mich was. Es sind die Katzen, siehst du. Da wurden diese, ich kannte das nicht, Futterpuzzle. Ja, die habe ich auch zu Hause. So, und die Katzen sind, die Mehrzahl der Katzen ist dran vorbeigelaufen, lieber zu dem Essen, was da schon steht. Deswegen mache ich immer nichts in den Napf, wenn ich ihr was, damit sie sich irgendwie auch mal geistig extremer beschäftigt. Ja, ja, mache ich da was rein und ich weiß das genau, ne? Und mache das andere Futter weg oder stelle es weg, damit sie, und gebe ihr auch da mal eine Stunde nischt. Und dann bemüht sie sich mal, okay, jetzt mal, gut, okay, nehme ich es nicht. Aber was ist mit denen falsch, mit den Katzen? Haben die keinen Spieltrieb oder sind die einfach nur verwöhnt? Die sind total schlau. Oder? Darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Wenn du Essen einfach so da stehen hast, dann brauchst du dich doch nicht bemühen, da irgendwas rauszuprobieren. Ach so, ich habe nichts zu diesem Thema beizutragen. Gar nichts. Wie willst du es denn machen? Ich hätte den Begriff jetzt so verstanden, dass Contra-free bedeutet, dass in irgendeiner Form keine Hürde besteht, um an das Essen zu kommen. Er geht das Thema eher intellektuell an. Da sind wir dann raus. Ja, das stimmt. Da gebe ich euch recht. Ja, Lukas, krass. Wieder was, das ist gut, wenn man mal irgendwie abends Besendungen guckt. Kam das denn vor? Nein, ich habe es zufällig gefunden.